Ich hab mich mal mitzunehmen! Ich muss mich fangen! Er fährt einfach vorbei! Wir haben eine doppelte Chance! Achso, ihr beide. Ja, ihr müsst mich fangen, genau. Erstmal die 500 Trillionen Bullen hier töten, die hier wieder rumstehen. Ach, seid ihr in der Karre da? Beide? Tot. Das gibt's nicht. Kann man hier rausfahren, ja, ne? Oh, f***'s. Aber dann spawnt Lenny. Lenny, wo spawnst du? Hier irgendwo. Das ist irgendwo ab. Das ist in Gott geile Karre zum verfolgen. Ich hab gar kein Haftbomben-Inventar, fällt mir grad so. Was? Ich hab noch Annäherungsbienen und Rohrbomben. Reicht doch. Lenny, hi! Haftbomben sind aus. Guten Tag. Äh... Ich bin mal gegen den Pfosten hier gefahren, den einzigen weit und breit. Ich fürchte übrigens gerade noch. Okay, gut. Wieso hab ich keinen Bullenwagen? Weißt du nicht? Gefangen! Ich nenn das mal auf, ne? Au. Ich bin auch ne Bullen-Kutsche. Hab ich doch schon gefangen, weil da muss ich dich kaputt machen. Nein! Soll nicht nur einmal antitschen. Nicht Cobra 11 spielen die GTA. Doch. In der freien Lobby. Was eigentlich total nice ist. Bitte bleib oben. Ja! Kommt der Enghaut da oben? Nein, zu wenig. Nein! Jaaaa! Der Enghaut! Die verfolgt mich mit dem Enghaut. Wenn die hat's. Aber der geht irgendwie nicht so gut auf, der Wagen. Äh, ich darf übrigens schießen, ne? Reifenblatt schießen. Aber nur mit dieser normalen Pistole. Okay, mit Pistole darf man. Ist okay. Aber nur ne normale Pistole, keine schnelle. Aber keine Haftbomben oder was? Nein, nein. Junge, ich leck schon wieder. Alter, wie sehr geht dieser Scheiß- Scheißhaufen eigentlich ab? Der von Benno geht mal ab, Alter. Scheiß, ruhig kurz. Der ist halt zu schnell. Wow! Alter. Alter, Benni. Bist du immer noch auf der Autobahn? Puh, ho, ho, ho. Ab kein Ring. Äh, wo bin ich denn lang gefahren? Ups. Hahaha. Nee, die kehrt ab. Ich bin mal abgefahren, Juck. Oh, wie krank ist das Beste jetzt bitte? Was will der Typ ja eigentlich im Chat? Aaaaah! Wow! Auf dem Parkplatz mit dir. Äh. Hier war ich noch nie, wo bin ich? Wie gefangen! Nein! Boah, da links war Sackkasse, Ben, hast du gesehen? Mhm. Richtige Sackkasse. Alter. Ähm. Nanny, wir sind in irgendein Parkhaus. Ja, aber jetzt, wenn Nanny auch noch ein Polizei-Auto hätte. Hol dir doch eins, Nanny. Woher denn? Aber wir sind auch viel zu schnell, die Polizei-Autos. Dann bräuch ich einen schnelleren Flugwagen. Ja, der Ingold ist gut. Ich hab einfach Kripo oder so. Kripo. Nimm doch mal ein schnelleres, Nanny. Der ist schnell. Oder ich brauch ein schnelleres. Ich bin im Parkhaus, Mann. Darf ich umsteigen? In den Sechser? Nein. Sechser. Ja, Benno's Polizei-Karre geht voll ab. Wieso nicht gleich ne M6? Wo seid ihr? Komische Sechser ist hässlicher M6. Hallo, ich bin grad vom Parkhaus runtergekommen. Dann brauch ich aber auch was schnelleres. Ja, dann nimm du... Kein Sechser. Emperor. Emperor. Ruiner! Nein! Sultan! Ja! Ruiner! Nein! Wo ist der Sultan? Hier. Das Fenster da schon kaputt, dass man mal gut einsteigen kann? Ja. Ja. Gut. Und die Tür knauf. Kack. Okay. Du hast mich auf Platten geschossen vorne, danke. Nein, Luxuslimousine. Ist viel besser. Kann man nicht einsteigen. So. Nein, nein, nein. So, er hat zugeparkt gewollt. Nein. Kripo. Wieso mein Licht das flackert? Danke. Jungs, realistisch. Er hat noch zwei Sterne. Da schießen wir noch nicht. Zwei Sterne? Ja. Da schießen wir noch nicht. Okay, jetzt hab ich nen Hinterreifen kaputt. Das Wichtigste am ganzen Auto. Folgen Lenny und Benno. Ihr seid genauso schnell wie ich. Ja, ist doch egal. Warte, ich nehm nochmal den blauen. Alter. Ey, der ist blau, das ist ein gutes Argument. Jetzt aber. Und keine Reifen. Komm, soll ich dich gleich noch umdrehen? Die Tür ab. Keine Reifen jetzt. Gewichtsverlust. Wie, keine Reifen. Ey. Wer hat die Reifen jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Geil, kostenloser Bullenwagen. Einfach reingeparkt hier. Nice. Lol, die haben den einfach geparkt hier. Ich nehm den jetzt, der ist gut. Links. Links. Warum die Reifen kaputt? Weiß ich nicht. Weil sich das so gehört in der amerikanischen Verfolgungsjagd. Auf jeden Fall. Wenn die beim Highway fahren mit vier Plattenreifen. Und trotzdem noch weiter fahren. Er mit seiner AP Pistole. Oh, sorry. Nein, hier ist noch gar... Wo fährt er denn lang? Benno, du musst auch mal eine Billig-Piode machen. Ich kann das auch nicht in Zeit. Du musst mal eine Pistole suchen. Wo ist die da? Irgendein LKW. Ah fuck, warum fährt der weg? Ciao. Ich bin richtig nicht für Speedlight hier irgendwie. Jungs, nicht schneller sein als ich. Wie geht ihr eigentlich ab? Ich brauche gar keinen Platten. Haha, Minivan. Jungs, das ist voll ausgeglichen gerade. Voll ausgeglichen. Junge, seiner geht nicht so gut wie unser. Ja, und wir müssen ihn trotzdem irgendwie einkeilen. Dafür ist er mega schnell. Das stimmt. Die Map ist ein bisschen größer als in CL. Nein. Da gefällt. Ich müsste mal so ein Arial ausfahren. Du hast auch Bremsen oder fährst du immer nur rein? Bremsen schon und fahren. Hab ich in der Fahrschule gelernt. Neuer blauer LKW. Neuer. Babyblau. Teil den doch ein, statt dem reinzufahren, du Birne. Ja, wie denn? Du kannst auch nur ran, ne? Alter. Wie du die ganze Zeit vor mich fährst. Was hast du denn in CL gelernt? Nichts. Tschüss. Tschüss. Was war der Minivan? Weißt du nicht, der ist dunkelrot. Surfer in Rot. Die Scheiße oben drauf. Das ist echt so. Das ist genau. Kann man hier einen Surfer nehmen? Also wie viele Surfer fahren jetzt hier gerade rum? Ich sehe erst ganz normal in 10 Jahren wieder so. Ich stelle jetzt eigentlich dieser Bullenwahl. Guck mal für mehr Profil. Das ist halt wirklich so. Sag ich doch, ihr seid viel zu schnell. Wenn du Kami dann nur ran. Ja, ich habe mich gewendet, siehst du? Jungs, ich habe alles verloren, was es geht. Und schon wieder, und schon wieder. Ist es eigentlich gut, wenn ich das aufnehmen schon die ganze Zeit? Ja, ist es. Was macht der Bus eigentlich? Hä, jetzt muss man doch mal hier links, oder? Nein. Ab in den Tunnel, ja. Wer ist denn da hinter mir? Nicht schießen. Ein Platternreich. Schießen auf dein Dach. Schießen auf dein Dach. Wenn es realistischer ist. Was machst du denn hier? Rechts oder links? Kannst du nicht mal entscheiden. Wo ist eigentlich Benno, wenn man ihn braucht? Weiß ich nicht. Benno nimmt irgendwie so einen Kackengehen. Der Ram fährt mir gleich hinten rein, dann fliege ich ihn weg und fertig. Wie immer. Hinten rein fahrt. Boah. Apropos hinten rein. Nein! Eingesperrt. Ach gar nicht. Nein! 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 Fails da rein, Mann! Nicht in den Baum! Fails da rein! Ab in den Baum! Da legt so eine scheiß Laterne vor. Das war eine geile Verfolgung. Das war eine Verfolgung. Das war eine Verfolgung. Jetzt kommen wir auch mal auf die Gedanken nach 5 Jahren mal GTA dieses Spiel zu benutzen, wofür es eigentlich da ist. Ist echt so. Habe noch nie gemacht. Ist echt so. Von klar. Wo muss man eigentlich lang? Geradeaus, vollgang. Ok, gut. Danke. Alter, wenn du den Bank läppst oder so, kann das sein? Ja wahrscheinlich. Fall doch mal geradeaus. Sind hier nicht diese Turbinenteile gewesen im Rennen? Nein. Mein Auto kommt hier überhaupt nicht klar, ne? Unser Raum auch nicht weg. Ich dreh mich in einer Tour. Boah, dicht machen, Straßensperre. Er hat gewendet, er hat gewendet! Ich auch. Jungs, ihr braucht mal einen Platten, ihr seid viel zu schnell. Doch, der Fluch, das reicht. Das ist echt so dubbel, viel zu schnell. Wir kommen jetzt schon nebenher. Nein, nicht den rechten Tunnel. Auch nicht den rechten Tunnel nehmen, wie bei mir das ganze Licht total ausfall hat. Nicht wieder wenden, er hat gewendet im linken Tunnel. Nein. Ja, ich bin ruhig unter mir her. Einkeilen. Das ist aber systematisch. Einkeilen. 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 Mach doch mal. Einkeilen. Gib dir auch mal Gas, der Wagen? Nein, einkeilen. Feierabend. 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 Benno, was machst du da eigentlich? Sperren, dass ich nicht raus kann. Nein. Nein, Lenny. Alter, wie schnell euer Wagen will ich schleunen. Das kann nicht sein, ne? Ja, ich geb auch Halbgas die ganze Zeit. Der dreht ja auch nicht durch. Nein. Oh, geriss. 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 Loil, schieb einfach okay. Benno. Oh. Fuck. Er ist doch hier. Es ist alles gut. Oh. Ciao. Er tut sich beide weg. Haha, ich so dann so dann und so. Also, ich kann nicht mehr lenken, ne? Das ist unmöglich. Wo bin ich? Eingeparkt. Nein. Verwürdigung, Bauarbeiter. Ich will jetzt hier einmal durchkommen. Ohne Schaden. Ich kann nicht mehr lenken hier in den Bums. Ähm. Weiter fahren. Ich hab mal hier eingeparkt und alles zugepackt. Was? Tot. Warum bist du nicht mit der Wrack alles zupacken, Benno? Warum bist du gestorben, Benno? Okay. Keine Ahnung. Benno, raus. Ich hab nichts. Keine Waffen benutzt, wirklich. Gar nichts. Motorschaden. Ich glaub da wenigstens ein explosives Waffen wurde. Echt? Motorschaden. Ey, ich kann ja eigentlich entkommen, oder? Ja. Tust du nämlich gerade. Irre. Ich komm gerade gar nicht hinterher, muss ich sagen. Hier war ich noch nie. Hier bin ich alle 10 Minuten, Mann. Hier war ich noch nie. Was ist los mit dir? Wo bin ich? Hä? Okay, ein Buller abgehängt. Hier entkommt. Was glaub ich doch jetzt nicht. Der Neue ist schon wieder da. Nein, der Neue ist hier unten. Geil. Nein. Nein. Äaaaah. Ikesschen, ich hab schon Platten. Einer kräft. Ich muss nicht auf die Reifen, ich schieß einfach nur damit's cool ist. Halt. Junge, wenn du den gleich triffst, dann ist eh feierabend. Ist kacke. Hör auf zu schießen. Luftunterstützung kommt. Luftunterstützung? Speedo! Umsteigen. Nein, aber die können runtergehen, wie in Most Wanted. Geil. Alter, wieso gibt's keinen Speedo, Polizei? Oh nein, ich will den Polizei-Bulli haben. Mach dir drei Sterne, dann kommt der doch. Ja, der ist cool. Ich fürchte immer noch und die Karre ist voll fertig. Wir haben Luftunterstützung. Hopp, 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 hopp. Wenn du darfst von da oben weg runter schießen. Kann man gar nicht schießen. Rein da. Zugemacht, Most Wanted like. Wir kommen jetzt runter. Hopp, hopp, hopp. Nein. Eingepackt, Polizei-Eli. Nein. Gib doch mal Gas. Wie viel Bock das gerade macht. Ey. Oho. 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 Safi. Durchschwadern. Hä? Ich bin auch nicht gefangen. Nein. おお doch mal ein Auto. Es ist unmöglich in GTA jemanden zu fangen. Ist keine Pupilaisphysics hier. Meiner, ich steig um. Nein, du steigst nicht um. Oh, Pigalle! In Blau! In Babyblau, ja, du kannst umsteigen. Mega, welchen Polizei-Mod in GTA? Ja, so ein DLC oder so, ne? Der Fahrer ist schon mal tot. Will ja auch was ich auch für ausgegeben. Boah, hoffentlich. Dann nehm ich den Polizei-Buffalo. Hast du den? Achso, im DLC oder was? Jo. Leute, ich dachte, Benno ist in dem Truck dahinten. Du weißt schon, dass ich jetzt abgehe, Danny, ne? Jo, deswegen brauchst du auch nen Plattenmatch, ja. Und ich brauch nen neuen Bullen-Kutsche. Das ist Kollege übrigens, der hilft mir. Achso. Ist hier nicht Feierabend oder so? Nein, nein. Bobcat. Scheiße, ich brauch nen Blitzer-Auto, wo ist denn Caddy? AAAAAH! Das ist knapp. Fast ins Wasser gefahren. Wo ist Benno eigentlich, wenn man ihn braucht? Weiß ich nicht, der fährt irgendwie durch die Gegend. Keine Ahnung, ist Eis oder so. Ich suche ein Blitzer-Auto. Donut. Äh, welcher bist du jetzt von denen, Danny? Weiß ich nicht. Der, der. Wow! Ich bräuchte echt mal nen neuen Bullen-Wagen. Mein hat schon nen Motor-Aussetzer manchmal. Ja, so bigad. Ja, fährst du auch einmal an ihm vorbei, oder? Ja. Hier kommen zwei Polizei-Wagen. FULGA! Wir können auch eigentlich nur machen flüchten im Hafen-Gelände, oder? Ist auch ganz cool. Nein, wenn dann ganz gut. Ich bin schon global irgendwie ganz geil. Echt? Ja. Ja. Okay, wenn ihr mich nicht schnappt, dann können wir gleich umsteigen gerne. Äh... Reste? Alter, wie der bigadler abgeht, der kommt gar nicht rein. Ja, der ist zu schnell. Ich steig nochmal rum. Nein, mit Reifen platt schießen. Ja, okay. Boah, verpickt er wohl. Okay, mit Reifen platt schießen. Aber nur mit normalen Pistolen, nicht mit Schnellschusswaffen. Ja. Die sind eh sofort platt. So oft wie wir das in Rennen machen. Hab ich dich erwischt? Dein Reifen platt? Einen hast du. Boah, was macht der Jemmich denn hier? Ich fahr mal weiter, ne? Das sind eure Kollegen, ne? Ich fahr Kollegen mit. Festgenommen. Festgenommen. Nix da. Doch, festgenommen. Gurellverfahrung. Ah, jetzt Feierabend. Beide, Abtriebsräder kaputt. Ne, du hast Frontantip-Tubierne. Stimmt. Stimmt, ist ja ein Frontverzeug. Dann kann ich ja das hier... Hä? Jeder kommt ein Zug. Ja, das sagt, dass ich rückwärts besser war als vorwärts, und wieder abgehen. Ich warte mal hinterm Bahn übergangen, ne? Klassiker. Na, der Kollege... Oh, du sollst den Typen nach hinten rammen. Ah! Der fährt wie ein Hecktiebler. Ich hab halt seine Reifenblatt geschossen. Hä? Ich ramm auf, wenn nichts passiert. Oh, der fährt wie ein Hecktiebler, der Wagen. Ne, jetzt schon. Naja, unsere Kollegen behindern uns irgendwie ein bisschen. Und das ist echt so, die sind kacke. Ähm... Feierabend. Aufs Dach ist auch Feierabend. Geil, das ist mein nächster Flachswagen. Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen. Ja, der Pigalle geht übrigens ab, ne? Auch mit Plattenreifen. Alter, wie er rumsteht da dahin. Guck mal, wie ich abgehe. Tschüss. Äh, zieh mich hier durch. Alter, guck mal. Nee. Wie man denn aber noch unter Kontrolle hat, oder? Den Umständen. Ah! Ahh! Wie übersteigt sich irgendwas? Tschüss. Ich fahr nochmal 300. Ich geh ja mich abziehen. Ey! Guckst ihr mal das Wachverhalten an. Wow! Eine Laterne, absolute Katastrophe. War so klar, ne? Verdächtiger hab ich glatt. Ja, wohin denn? Rechts, links geradeaus? Guck auf ne Karte. Also links. Seht ihr nen Polizei Buffalo? Den nehm ihr. Nein, ich nehm den. Er kommt. Weiterfahren. Weiterfahren. Nochmal schieben. Jetzt muss ich auch mal in so enge Sachen fahren. Habt ihr eigentlich schon meine vorderen Reifen? Nein, wollten wir auch gar nicht. Oder sollen wir die kaputt ziehen? Okay, dann kaputt. Aber ich zieh trotzdem noch. Das ist richtig. Alter. Alter, wie er abgeht. Ich komm nicht hinterher. In den Zugdrehen, Jungs. Das ist auch gut. Und wenn man auf dem Zug landet, ist es auch geflüchtet. Ich würde sagen, wenn du Motor Schaden hast, ist es auch Feierabend, oder? Das ist richtig. Hab ich ja jetzt auch. Kaputt, werd ich mal den 7er behalten. Wie der läuft noch der Motor. Beschleunigung. Aber der läuft schlecht. Die Tour ist geil. Der hat doch Sekt. Feierabend. Äh, überhills. Er flüchtet zu Fuß. Ehh, richtiger Verfolgungsjagd geht zu Fuß weiter. Nie mit dem Auto. Wir steigen aus, brennen hinterher. Halten sie an. Anhalten. Schade, wenn ich den jetzt auch geknarrt hätte. Da ist ein Kollege auch schon Hammer. Da ist recht ein Hammer. Vorbei, fahr jetzt nach Hause mit dem guten Auto. Wie sollen wir das der Frau Krüger erklären? Wie soll es der Champion erklären? Wie soll es der Champion erklären? Schade, wie soll mir das der Champion erklären? Ähh, ich hab ein Seminole gefunden. Wie geht's lang? Seminole Holiday oder so heißt der. Nein, ich flüchte jetzt. Seminole Sunshine. Kommt man hier nicht mal runter? Nee, hier nicht. Wo kommt man denn hier springen? Was kann man denn flüchten, was geil ist? Weiß ich nicht. Separate Folge nächste.